Willkommen zur Geisterstunde. Es ist wieder mal Mitternacht, beziehungsweise als ich das hier einspreche, ist es draußen noch hell. Das liegt daran, dass ich das hier vorproduziert habe. Aber da das vor einem Monat ja auch ganz gut ankam, mal so eine mittnächtliche Folge zu machen und, ja, das muss ich natürlich auch zugeben, das auch relativ lukrativ ist. Wenn man dann berichtet darüber, dass das, was ich hier erzähle, nämlich die Produkte, die jetzt ab dem 1. Juli bei Lego bestellbar sind, wenn man da nämlich den Affiliate-Link nutzt, der hier in der Videobeschreibung sich befindet, deswegen hier Werbung, wo ich gerade rede, dann kriege ich ein paar Prozente davon ab. Preis bleibt der gleiche, aber, ja, ich werde reich. Naja, also zumindest ein paar haben es letztes Mal gemacht. Das war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank und dachte ich mir, dann mache ich das wieder. Aber mache nicht nur dann kurze Werbung dafür, sondern erzähle auch noch ein paar andere Dinge, die so in der letzten Woche liegen geblieben sind. Unter anderem die Ideasets und ein paar Kleinigkeiten. Und, ja, das, was aber jetzt eben irgendwie, vielleicht am Mitternacht, vielleicht auch eher morgen um 10, dann in den Shops ist, ist das Krokodil. Hier haben wir es. Einige haben es ja auch schon rezensiert. Ja, bei mir wird es dann hoffentlich heute Nacht oder morgen früh auch in den Warenkorb wandern. Ich werde es mir bestellen und dann natürlich auch gerne vorführen, weil das Teil finde ich schon ziemlich cool. Es wird natürlich einiges da bemängelt, beziehungsweise es gibt ganz Kleinigkeiten, dass da eben die Spaltmaße nicht so sind, wie sie sein sollten. Die Spalten, beziehungsweise die Spalten hier wohl sich ein bisschen breiter darstellen, als sie beim Original sind. Das ist aber wohl dem Kurvenradius geschuldet. Brickstory hat da zum Beispiel ein Video zu gemacht. Hier, wo ich das gerade aufrufe, ist der Preis noch 99,99. Lego hat ja angekündigt, dass sie sowohl im Store als auch im Shop wohl diese 3% Senkung der Mehrwertsteuer an die Kunden weitergeben wollen. Also wird der Preis wahrscheinlich knapp, das sind ja rechnerisch nicht ganz 3%, aber ein paar Prozente eben 2, irgendwas runtergehen. Dann spart man den 1 oder, also nicht ganz 3 Euro wird man wahrscheinlich dann sparen, wenn es denn dann wirklich bestellbar ist. Und ja, das Ganze kann ja auch da noch motorisiert werden. Ich habe das ja schon zumindest erzählt. Dann allerdings, wenn man hier diese Motorteile noch dazu bestellen will, wird es wirklich teuer. Da muss man gucken, ob man nicht vielleicht sowieso noch ein Zugset hat und sich den Motor wenigstens nur dazu bestellt. Ansonsten kommt man fast auf den Betrag, glaube ich, so um die 80 Euro, wie das Set hier ja selber erstmal kostet. Ja, mal sehen, wann es auch normal im Handel vielleicht ist. Aber erstmal, soweit ich weiß, wird es wohl nur bei Lego selber sein. Mal sehen, ob es noch was dazu gibt. Das macht das natürlich dann vielleicht interessanter. Was und wie, da reden wir gleich nochmal drüber. Apropos 1. Juli. Was es dort dann auch gibt, allerdings wohl auf weniger Interesse stößt, so mein Gefühl. Beim Krokodil würde ich tatsächlich auch mir nicht ganz sicher sein, wie lange es denn wohl erstmal sofort erhältlich ist. Weil zur Zeit ja alles ein bisschen anders ist und dann erstmal wieder vielleicht ein paar Tage dauert. Beim Mickey-Maus und Minnie-Maus wäre ich da wahrscheinlich entspannt. Zumindest, was so die Reaktionen im Netz sind, ist das nichts, wo jetzt so viele gesagt hätten, oh, da warte ich ja nur noch bis Mitternacht und bleib extra lange auf, um das dann mir zu bestellen. Das ist wahrscheinlich auch tatsächlich eher so ein Set, was man dann aus den Disneylandern mitnimmt, weil man das irgendwie cool findet und dann auf 180 Euro bei den Einpritzpreisen dort auch nicht mehr ankommt. Ansonsten, ja, wenn man jetzt so erste Bilder auch mit Menschen in Verbindung dieser Figuren sieht, dann merkt man erst, ja, die sind tatsächlich ein bisschen größer. Also irgendwo müssen ja auch knapp 1739 Teile dann auch bleiben. Nichtsdestotrotz, ja, ist es, glaube ich, wirklich Special Interest. Und im Fernsehen ist wohl tatsächlich dieses Gesicht hier ein bisschen anders zu sehen. Ich habe bei Anders, der hatte ja schon mal eine Figur davon gebaut, bei Zusammengebaut und fand es wohl ganz cool. Auch das Bauerlebnis, weil es einfach irgendwie auch viele interessante neue Teile hat. Es hat ja auch eine neue Farbe. Ich hatte die ja erst hier in der Kamera vermutet. Nee, aber sie ist wohl hier unten in diesen, ja, so angedeuteten Filmschnipseln. Und ja, also ich würde es mir für 180 gerade nicht kaufen. Aufkleber sind es zum Glück wohl wirklich nur hier die in diesem Buch. Der Rest ist bedruckt und wohl teilweise auch aufwendig. Gerade diese Augenpartien sind wohl wirklich Teile, die so relativ aufwendig produziert werden müssen. Nichtsdestotrotz, das gibt wie immer viele Ausreden für den Preis. Es ist natürlich Disney und es ist eben was, was nicht jeder wahrscheinlich jetzt wirklich auf seinem Zettel hat. Wer es will, auch da kann man gern den Link verwenden natürlich bei mir. Kann den auch bei den Kollegen natürlich verwenden, dann kriegen die den Bonus. Ansonsten, ja, gut, nimmt man sich vielleicht zwei Krokodile. Nein, ich weiß es nicht. Also, wen es interessiert, der wird es kaufen. Alle anderen schauen mal. Ich selber übrigens werde dann allerdings bei Lego nach dem Rezensionsexemplar, glaube ich, eher anfragen, weil es mir auch 180 Euro zur Zeit nicht wert wäre. Also, mal sehen. Aber dann könnte ich es zumindest auch hier mal darstellen. Gibt ja ein paar. Also, die Blümchen sind ja ganz nett. Und die Kamera, die fand ich ja sowieso schon ziemlich cool. So, cool. Apropos. Die Frage ist ja, gibt es denn was als Gift with Purges dazu? Und es hält sich ja das Gerücht, es könnte dies gute Teil hier sein, was ich hier bei Brickset mal aufgerufen habe. Es ist zu dem Zeitpunkt, als ich das hier einspreche, immer noch nicht bestätigt, ob man hier diesen Sommerspaß denn mit 12 in 1, also jedes einzelne Teil kann immer nur einmal gebaut werden. Da muss wieder zerlegt werden, kann man was anderes bauen. Ob es das dann dazu gibt, wenn man, ja, auch das ist natürlich unklar. Vermutung wäre, wahrscheinlich so 85 Euro ausgibt. Aber das werden wir wahrscheinlich entweder schon gewusst haben, aber ich war zu schnell mit meinem Video. Oder es wird erst am 1.7. genauer dann bekannt gegeben. Immerhin gibt es übrigens doppelte Wipppunkte für das World Creator Piratenschiff. Also nicht das große, die Pirate Bay, sondern das etwas kleinere. Das heißt ja dann immerhin um die 10% Rabatt. Ja, damit kommt man zwar immer noch nicht in die Bereiche, glaube ich, eines normalen Händlers, aber ich wollte es zumindest erwähnt haben. Und ob es das dazu gibt, das warten wir dann mal ab. Was es zumindest noch nicht am 1.7. jetzt gibt, sondern erst am 15.7. sind die Sketches. Das sind diese vier Herren hier, hätte ich beinahe gesagt, diese vier Herren mit BB-8 sozusagen, den Stormtroopler, BB-8, Batman und Joker, als, ja, eben zum Hinstellen, was Kleines sozusagen, zum eigentlich Auffüllen des Warenkorbes. Aber nutze jetzt ja noch nichts, wir müssen noch ein bisschen warten. Wir sehen, man kann es hinhängen oder man kann es hinstellen. Und sie sind eben so 2D-mäßig, ja, so ein bisschen 3D, ist eben doch ein bisschen erhabener. Ich finde die eigentlich ganz cool mit Potenzial. Also vielleicht sind das jetzt nicht die allercoolsten Modelle, die ich mir jetzt gewünscht hätte, die wir hier sehen, BB-8. Man erkennt es natürlich sehr schön, es ist so ein bisschen, ja, für Leute, die Brickheads mochten, mögen wahrscheinlich die Dinger auch irgendwie. Und ich werde sie mir, glaube ich, schon alle vier holen, weil ich sie irgendwie schon ganz cool finde. BB-8, haben sie da entweder schon den neuen Preis oder ist er einfach 50 Cent billiger? Das ist ja witzig. Alle anderen, 19,99, BB-8 und 50 Cent billiger. Witzig. Naja, werden wir sehen, wenn es dann wirklich... Ah, hier, es kommt auch... Das werden, glaube ich, schon die neuen Preise sein hier. Guck an. Ja, Batman eben auch, hier mit so einem schönen verschmitzten Lächeln. Ich erwähnte schon, ne? Also ich finde die ganz lustig. Es sind aber auch nicht viele Teile. 115 haben wir hier und so teilt sich's. Ich glaube, während ich das gerade aufnehme, ändern sie gerade die Preise. Das ist ja natürlich witzig, ja. Also, da sehen wir auch den Joker, der immerhin hier mit seinen Lippen auch ganz interessant getroffen ist. Ja, also, da freue ich mich sogar ein bisschen drauf. Also, vor allem wird's eine Serie, die man wahrscheinlich ganz schön sammeln kann. Ist dann natürlich geht's dann doch wieder ins Geld, wenn man nur immer 20 Euro dafür ausgibt. Und im Zweifel machen sie es dann wieder, dass die Dinger dann auf irgendwelchen Comic-Cons besonders gibt. Und dann hat man seine Sammlung wieder nicht vollständig. Aber es ist, wie es ist. Jetzt wollte ich doch einmal gucken, ist da jetzt auch schon der Preis neu? Moment, das machen wir live jetzt hier. Was kriegen wir? Ja, siehste, das ist ja lustig. Mensch, habe ich einen richtigen Moment gerade abgepasst, ne? Da sehen wir, was köst denn jetzt die Lokomotive? Und bei Mickey Mouse, da gucken wir es auch nochmal nach. Dann haben wir es auch nachgereicht. Und, ach, das ist ja wie bei der Tankstelle, wo live gerade die Bilder, die die Preise durchgeändert werden. 175,45. Na dann, nö, dann würde ich sagen, schnapper, ne? Zugreifen, solange es noch Mickey Mouse und Minnie Mouse gibt. Und dann war da ja noch das Ergebnis der jetzt dritten Review-Phase von 2019. Also, es gibt wieder neue Ideasets. Und, ja, ich erinnere mich, also die Älteren erinnern sich noch, dass es Review-Phasen gab, wo schlichtweg nichts genommen wurde. Einmal eine Nullnummer oder, ich glaube, zweimal schon. Ja, dass das hier nicht kommen würde, war schon klar. Wenn sie schon einen Wettbewerb machen, tippt doch mal, was geben wird. Und dann werden sie nicht eine Nullnummer draus machen. Dann wäre der Wettbewerb irgendwie Blödsinn gewesen. Aber jetzt haben sie einfach mal drei genommen. Also, das spricht meines Erachtens sehr dafür, dass diese Serie gerade wahnsinnig wohl läuft. Weil sonst würden sie das nicht machen. Weil das ist nicht die beste Auswahl diesmal, finde ich, gewesen. Und trotzdem nehmen sie drei davon. Das finde ich schon interessant. Wobei auch die drei Gewählten sehr spannend sind. Weil doch einiges von dem, was sich einige gewünscht haben, insbesondere hier das Futurama-Set oder auch Zelda, natürlich irgendwie dann eben nicht geworden sind. Dass es, ja, die Toronto-Subway nicht wird, war mir auch irgendwie klar. Und das Clockwork-Aquarium, das wäre auch noch cool gewesen. Oder Queen, nee, es sind andere Sachen geworden. Und da haben wir eben einmal Home Alone, auf deutsch ja Kevin allein zu Haus. Und wie wir hier sehen, ein großes Haus, das sicherlich so ziemlich an die Grenze von dem geht, was so an Teile zahlen, nämlich 3.000 geht. Hier steht auch, consist of 3.000. Ja, wird man wahrscheinlich vermuten, da sind vielleicht sogar mehr gewesen hier drin. Also, nur man darf maximal 3.000 einreichen. Wir sehen Minifiguren, Kevin und so ein paar interessante Szenen aus dem Film. Hier die Küche, ne, da gab es ja dann auch für die Einbrecher so ein bisschen was über die Rübe. Ähm, also, da, ja, mal sehen, was sie davon nehmen. Also, das wird, glaube ich, nochmal interessant. Da sieht man hier, da, dieser Mechanismus von hier oben, äh, wie das da, ach, süß, da können wir die Fotos auch schön groß machen. Ähm, oder hier, ne, ich wurde einer schon, glaube ich, ist nie ausgerutscht. Es ist ewig her, dass ich den Film geguckt habe. Ähm, idealerweise sollten sie dieses Set, glaube ich, auch eher in der Weihnachtszeit rausbringen, weil es tatsächlich ja eher ein Film ist, der in der Winterzeit auch spielt. Also, mal schauen, ob es denn auch so kommt. Ja, ähm, wird spannend. Also, äh, natürlich ist es immer die Frage, was macht Lego draus? Ich glaube nicht, dass sie ein kleines, kleines Mobilee draus machen werden. Es, äh, ob sie viele von, alle Ideen so übernehmen, ob das wirklich so ein massives Haus ist. Das sehen wir ja hier. Also, es ist ja wirklich eins von, wirklich, das aufgeklappt wird, aber eigentlich von allen Seiten dicht ist. Also, nicht einfach nur so ein Puppenhaus. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Also, ähm, das Haus hat mich jetzt nicht so gereizt, weil es nicht so, ja, natürlich ist das irgendwie nett. Ähm, Kevin allein zu Hause habe ich auch irgendwie eine Verbindung. Ich habe ja überhaupt keine Erinnerung mehr an irgendwelche speziellen Szenen, aber, ja, so ein bisschen vielleicht noch. Das Klavier ist zum Beispiel auch schön. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, hat es mich doch sehr überrascht, dass es das nun geworden ist. Lassen wir uns, äh, auch überraschen, ob es noch jetzt zu Weihnachten kommt. Eigentlich wahrscheinlich nicht oder nächstes Jahr Weihnachten. Man weiß es nicht. Ähm, eigentlich wirklich auch so ein, ähm, seltsames Teil, weil wir hatten ja gerade das Klavier, das noch kommen wird. Ja, wohl, dieses Jahr kommt jetzt auch noch die Schreibmaschine. Also, es ist so eine schöne alte Schreibmaschine, wie man sie ja sonst auch in so einer Box hat. Ähm, die wurde hier jetzt auch ausgewählt. Ähm, allerdings nicht so, dass man hier auf die Tasten hauen kann. Also, da passiert nichts. Die sind also tatsächlich einfach nur so da. Sondern bei dem Modell zumindest, das eingereicht wurde, da ist zwar eine Kurbel, hier rechts, aber wenn man da dran dreht, dann gehen nur in der Mitte diese Klöppel hoch und tun so, als wenn denn hier jetzt geschrieben wird. Und ich glaube, dieser Reiter hier, dieses Fahrgestell, das fährt dann auch nach links und rechts. Ähm, das sieht man auch, da hat er das nämlich auch motorisiert. Wird auch spannend, ob sie Powered Up da wieder mit reinbringen nachher. Ähm, also ein bisschen Mechanik ist drin, aber nicht so, dass man auf Tasten drückt und dann drückt was hoch. Also, ich glaube auch nicht, dass sie das noch nachreichen werden. Optisch eine schöne Sache. Cool wäre, wenn sie dann noch die entsprechende Verpackung dazu hätten. Weil die dann eben auch, äh, so, so diesem, ähm, dem Ganzen dann angepasst wäre. Hier sehen Sie noch was von der Seite. Da sehen wir den Mechanismus, ne? Also, da haut das Ding dann hoch und das oben dreht sich noch. Das kann man auch so ein kleines Video dann sehen, dass hier der Autor dann noch bei den Updates mit draufgepackt hat. Hier sehen wir auch diese Verpackung, ne? Also, klar, ich, das wäre so cool. Das wäre, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil allein die wahrscheinlich schon so aufwendig wäre, dann herzustellen. Ah, ja. Und hier hat er zum Beispiel eben auch so ein kleines Video. Ich will das jetzt hier auch schon aus, äh, aus, aus Datenschutz- oder Überheberrechtsgründen nicht dann, da sieht man, wie es da läuft. Da hat er Mindstorms da reingepackt, ja. Also, möge man einfach selber ein bisschen gucken, was ich dann, was man da findet. Und, äh, als letztes und drittes haben wir noch ein Set, das, ja, gut, das kann man sich wahrscheinlich denken, wie sowas kommt. Seinfeld. Friends lief grandios wahrscheinlich, vermute ich mal. Dann nehmen sie auch Seinfeld. Habe ich nicht viel mit am Hut, muss ich zugeben. War nicht so meine Serie. Fand ich immer so ein bisschen, ah, amerikanisch. Ja, auch immer. Also, hat mich überhaupt nicht gereizt. Deswegen kann ich mit denen auch nur so, das ist immer so für mich so dieses, ja, schlecht gerenderte oder so. Also, die sind ja immer dann so, diese NTSC-Varianten, die dann auf Pal, und dann sieht man das, finde ich, auch so ein bisschen. Damit verbinde ich das so, ja, egal. Also, wahrscheinlich sind das irgendwie tolle möblierte Ideen, die man hier hat, die irgendwie den Fan von Seinfeld völlig vom Hocker reißen, mit diesen einzelnen Zimmern hier. Aber da muss man wirklich auch Fan sein. Das würde ich mal sehen. Wenn ich es dann, da ich alle Ideasets bisher gesammelt habe, bis auf die ersten zwei, die mir noch fehlen, werde ich mir das natürlich auch holen und werde es dann nicht auch vorstellen. Bis dahin muss ich mir dann vielleicht nochmal ein paar Folgen davon angeguckt haben. Aber, ja, das ist, glaube ich, Kalkül, dass Seinfeld da eben dann dabei ist. Gut, und als allerletztes, ja, lassen wir uns wie gesagt, es stehen jetzt ja auch noch drei weitere aus, nicht? Also, eigentlich fehlt ja noch unser Klavier, es fehlt noch die Sesamstraße, gerüchteweise heißt es ja, dass es diesen Sommer vielleicht auch in diese Richtung noch was gibt. Ähm, und ich glaube ja noch hier Winnie-Pooh oder wie das Ding hieß. Also, ja, da fehlt noch ein bisschen was. Ähm, was auch fehlt übrigens bei den Prämien, der VIP-Punkte, da war mal kurzfristig was Neues. Es gab auch Gerüchte, wir hätten auch noch ganz andere Sachen, die wir hier kriegen würden. Dieses Iconic VIP-Set gab es für 500 Punkte, es gab es schon mal länger, war jetzt wieder relativ schnell weg. Relativ guter Kurs eigentlich, aber, ja, es fehlen mir irgendwie die Bringer gerade weiterhin. Diese Schlüsselanhänger, da kann man auch, ja, und irgendwelche Bilder, Hintergründe. Ne, äh, dann schon eher noch diese Original-Poster, aber die haben mich jetzt auch noch nicht so richtig gereizt. Also, das VIP-System, da finde ich, ja, so der richtige Bringer, der könnte nochmal kommen, finde ich. Also irgendwas wirklich Besonderes, ähm, meinetwegen auch vielleicht mal für höhere Punkte zahlen. Ich hab da durchaus jetzt ein bisschen was, aber, ähm, ja, das ist, äh, finde ich, da hatte ich mir mehr erhofft von dem, was da eigentlich ursprünglich mal angekündigt war. Ja, genau. Somit sind wir da, fertig. Auch vielleicht den Lamborghini, Lamborghini, als Hintergrund-Desktop für 10 Punkte. Ist schon fast nix. Stimmt, im Wachstum ist es auch wirklich fast nix. Ja, im Zweifel sind es dann immer noch das Geld. Dann, vielleicht hole ich mir davon dann irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, dann das Krokodil. Aber dann wahrscheinlich danach kommt irgendwas Tolles für ganz viele Punkte und dann hab ich mir nie mehr. Das ist aber auch, das sind so die Probleme des, äh, beinharten Lego-Fans. Hm, okay, das war's erstmal für heute. Ähm, wir sehen uns dann später wieder, vielleicht, irgendwie, demnächst, wer weiß. Kann auch nicht mehr lange vielleicht hin sein. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten erstmal noch gute Nacht und gucken wir mal, wann das Krokodil da ist, ne? Also, bis denn. Tschüss.